Die Bewegungsmähler spielen die ganze Zeit verrückt. Ja, ja, schon klar. Stimmt, stimmt ist das der seltsame Junge da drüben. Gruselig, was will der Typ? Milch trinkt nur ein Kekse. Natürlich in dein beschissenes Haus eindringen, du Schlampe. Oh Mann, hier spielt alles verrückt. Alice, was ist da bei euch los? Alice! Boah, chill mal dein Leben. Ich hab hier nur eine Gerichtsvollladung. Ihr habt Copyright-geschütztes Material von J.K. Rowling verwendet. Euer Logo-Blödsinn ist von den Heiligtümern abgekupfert. Nein, das ist ein okkultes... Bla, bla, bla. Frau Rowling hat sich die Exklusivrechte an dem Symbol gesichert. Also verklagen wir euch in der Hoffnung, dass ihr nie wieder eine so schlechte Filmreihe macht wie Paranormal Activity. Danke. Jo Leute, das war das zweite Halloween-Special. Unterstützung hatte ich diesmal von Miss Kokos. Ihren Kanal findet ihr da unten. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten kommt hier bald der Link fürs zweite Video. Und hier unten gibt's das erste Halloween-Special. Viel Spaß und bis dann, Leute. Die Bewegungs-Mailer spielen die ganze Zeit verrückt. Ja, ja, schon klar. Stimmt. Stimmt. Alice, was ist da bei euch los? Alice! Chill mal dein Leben. Ich hab hier nur ne Gerichtsvollladung. Ihr habt Copyright-geschütztes Material von J.K. Rowling verwendet. Euer Logo-Normal Activity. Danke. Jo Leute, das war das zweite Halloween-Special. Unterstützung hatte ich diesmal von Miss Kokos. Ihren Kanal findet ihr da unten. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und ist das der seltsame Junge da drüben? Gruselig. Was will der Typ? Ach, Milch trinkt nur ein Kekse. Natürlich in dein beschissenes Haus eindringen, du Schlampe. Oh Mann, hier spielt alles verrückt. Oh, Blödsinn ist von den Heiligtümern abgekupferter. Nein, das ist ein okkultes... Blablabla, Frau Rowling hat sich die Exklusivrechte an dem Symbol gesichert. Also verklagen wir euch in der Hoffnung, dass ihr nie wieder eine so schlechte Filmreihe macht wie Parallel.